Mein Name ist Amir, das ist Muslim Jibril aus Basel, wir sind bei Iman Talk und das haben wir für euch vorbereitet. Es lief sehr gut, ich hatte meine ersten Konzerte und alles drum und dran. Ich hatte eigentlich alles, was ich wollte, aber ich war einfach immer noch nicht zufrieden. Es hat sich einfach so angefühlt, als ob eine Megalast von mir abgefallen wäre. Es hat sich nach etwas angefühlt, was ich noch nie zuvor gespürt habe. Als ob ich die ganze Zeit nur im Tiefschlaf war. Er hat gesagt, ja, was ist das und so, ich will auch mitbeten und so und hat automatisch mitgebetet. Koran wäre das einzige Buch, was innerhalb von kürzerer Zeit nach einem oder zwei Tagen wieder komplett hergestellt werden könnte. Wo mein Vater die Scheherde oft gesprochen hat, genau da hat es richtig angefangen zu blitzen und zu donnern. Viele reden heutzutage vom Koran oder vom Islam in einer schlechten Perspektive, obwohl sie nicht einen Buchstaben gelesen haben. Koran. As-salamu alaykum und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Iman Talk. Mein Name ist Amir, ich bin der Host der heutigen Episode und mein Gast, geehrte Zuseherin und geehrte Zuseher, ist niemand anderer als der geehrte Bruder Muslim Jibril aus Basel. As-salamu alaykum, geehrter Bruder, wie geht es dir? Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, sehr gut. Und dir, Bruder? Bruder Barakadhafiq, Alhamdulillah, Herr Rabbil Alamin, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und sehr geehrte Zuseherinnen, ihr hört es, dieser Bruder legt großen Wert auf eine gute Audio- und Videoqualität. Wie ihr seht, er hat wahrscheinlich das beste Equipment, was man uns aus der Distanz überhaupt arrangieren kann. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute da bist und dass wir heute eine gemeinsame Episode rund um das Thema Italien. Corona ist ein bisschen dabei, natürlich, aber auch die Trinität und das Gegenkonzept des islamischen Tauchids. Zu Beginn, Gerta Bruder, ich würde dich gerne kurz vorstellen, Bruder Muslim Jibril ist ein Bruder, der eines Tages wieder den Weg zum Islam gefunden hat. Reward, beziehungsweise konvertiert sozusagen. Eine sehr interessante Persönlichkeit, wir haben uns schon sehr oft unterhalten und haben uns dann gedacht, seine Story umfasst so viele Elemente und wir müssen darüber berichten. Deswegen Barakadhafiq, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Bruder, ich würde dich gerne perfekt vorstellen, aber ich denke, du kannst das etwas besser. Deswegen erzähl unseren Zuseherinnen und Zuseher, wer du bist, was du machst und warum wir heute hier zusammentreffen und eine tolle Episode machen, Inschallah. Also, ich bin Muslim Jibril, auch bekannt als Gabriel Espataro und ich komme aus der Schweiz, wohne in Basel und ich bin 23 Jahre alt mittlerweile. Und ja, ich arbeite im Moment als Barbier und habe viele Hobbys nebendran, viel Sport und natürlich außerdem bin ich in einer katholischen Familie aufgewachsen. Und also, wir haben eigentlich den Katholizismus nie wirklich richtig praktiziert, aber man hat halt geglaubt, dass zum Beispiel Jesus Gottes Sohn ist oder sogar auch Gott selber oder man hat Maria angebetet, halt solche Sachen. Für mich war aber immer klar, dass es einen Gott gibt und das war halt bei mir immer so im Hinterkopf. War gar nicht für diesen Eindruck, wir werden das natürlich nicht vergessen, italienische Verhältnisse sind etwas, was wir heute thematisieren. Jetzt meine Frage an dich konkret, was sind für dich italienische Verhältnisse, wie ist es in einer italienischen Familie aufzuwachsen? Ich meine, fahrt jeder von euch Vespa, schaut ihr alle Serie A oder wie seid ihr so drauf? Also, da muss ich dir sagen, Bruder, in einer italienischen Familie kann es sehr, wie soll ich sagen, emotional werden, auch sehr temperamentvoll. Also, wie gesagt, ich bin in einer sechsköpfigen Familie aufgewachsen und meine Eltern haben mit mir immer italienisch und deutsch gesprochen, immer so ein bisschen ein Mix. Und ich habe meistens immer auf deutsch geantwortet, deswegen habe ich eigentlich italienisch gut aufgenommen, also ich verstehe eigentlich alles, einfach das Sprechen kann ich eigentlich auch sehr gut, aber mir fehlen da manchmal ein paar Wörter. Aber wie gesagt, ist es sehr, sehr, also so wie ich es erlebt habe in meiner Familie, kann es da schon zu einigen Auseinandersetzungen kommen, vor allem eben, weil wir vom Süden stammen, wie man es kennt. Im Süden stammt deine ganze Familie, das heißt, wo genau, was ist so typisch Süden? Also, Süden ist ja dafür bekannt, dass das dort nicht mehr Europa ist, da ist ja halb Afrika sozusagen. Deswegen, woher kommst du genau und wie ist der Süden von Italien? Also, mein Vater kommt ursprünglich aus Sizilien und meine Mutter von ihrer Seite, sie kommt aus Bari. Also in Bari, Casa Massimo und in Sizilien ist es Nischemi, Catania. Okay, Catania. Ist da nicht die Hauptstadt der Mafia? Ja, kann man schon so sagen, ja. Gamora oder wie heißen die bei euch? Da will ich nichts Falsches sagen, aber das ist, glaube ich, eher in Napoli oder so. Ich bin mir nicht sicher. Aber Sizilien, Sizilien, wo da die Mafia ist, da ist eigentlich überall die Mafia. Vanala, sehr interessant. Hast du als Kind oder hast du davon irgendwie Wind bekommen von der Mafia? Wir kennen die Mafia ja nur von Actionfilmen oder Mafiafilmen. Da gibt es ja ganze Genre. Die sind ja auch sehr stark in New York, die Auswanderer von Italien. Irgendwelche Erfahrungen mit der Mafia gehabt? Ich selber nicht, nein. Aber wie du auch gesagt hast, ich habe auch viel durch Filme mitbekommen. Und man kennt natürlich den Pate, ja, das ist sehr bekannt. Und selbst, ja, ich habe auch schon sehr viel gehört, dass eigentlich was überall auf der Welt, ja, zum Beispiel auch, wie soll ich sagen, also so Barbierläden halt wirklich ausgenommen werden oder erpresst werden von der Mafia. Und das ist schon was, was überall auf der Welt läuft und was man nicht unterschätzen sollte. Heftig. Gibt es ja auch noch albanische Mafia und rumänische und was wir sicher. Auf jeden Fall ist das eine gewisse Situation, die kennen wir in Österreich, Deutschland, Euro. Vielleicht Deutschland gibt es ein paar Clan-Familien, mit denen man das vergleichen könnte. Aber das sollte nicht die heutige Episode umfassen. Ich wollte dich diesbezüglich fragen, wie Italien ist, was Italien ist. Jetzt ist es natürlich so, aus aktuellem Anlass müssen wir auch darüber sprechen, dass es auch eine schlimme Corona-Situation in Italien gab. Also das ist etwas, subhanallah, vor allem in Norditalien, in der Region, die nahe bei unseren Ländern Schweiz-Österreich ist, gab es ja echt schlimme Monate. Kannst du vielleicht aus deiner Perspektive etwas über die Corona-Situation in Italien, Norditalien sagen, wo es natürlich vor allem in der Anfangsphase eine sehr gefährliche Situation war? Also ich habe das natürlich auch alles mitbekommen. Und wie gesagt, bin ich ja Barbier und ich habe ja auch viele internationale Kunden vor allem. Viel von der Roche oder Novartis auch. Und ich hatte da auch einen Kunden, der ist gerade zurückgekommen aus Rom und da hat die ganze Krise gerade angefangen. Und ja, man hat natürlich auch viel in den Medien gesehen und ich selber bin immer so ein bisschen, natürlich hinterfrage alles immer selber und will immer selber Fakten sehen. Ja, ich glaube nicht immer alles direkt, was in den Medien kommt, aber wegen dem Coronavirus, das hat mich schon, natürlich, das hat uns alle überrascht, ja, wie schnell es gegangen ist, wie schnell die Welt von einem Tag auf den anderen umschalten kann. Und das, wie ich gehört habe auch, hat sich das ja sehr schnell dann in Italien ausgebreitet. Und man hat halt von vielen Infizierten gehört, was viele meiner Kunden auch erschreckt hat. Wie hat sich das gezeigt, wie hatten die Leute Angst? Hatten die Angst, dich zu berühren? Hatten die Angst, mit dir zu reden? Und vor allem, kannst du, hast du vielleicht noch in Erinnerung, wie die Situation rund um die älteren Personen in Italien war? Du meinst zum Beispiel meine Großeltern und so? Zum Beispiel, ich meine, die hatten ja, ich meine, es gab Städte in Bologna oder in Genua oder in Südtirol, wo gab es Situationen, vielleicht kann man das einspielen, wo Leichenwagen ausgegangen sind und man musste Militärtransporte engagieren, um die Toten aus dem Krankenhaus abzuholen. Darüber weiß ich nicht genau Bescheid. Aber was ich sagen kann ist, als das alles anfing, meine Großeltern von der Seite von meiner Mutter, von der Seite von meiner Mutter, die wohnen jetzt gerade im Moment in Rheinfelden und die haben mir wirklich, also ich habe noch nie so oft Anrufe bekommen wie zuvor von meinen Großeltern, weil die haben sich übelst die ganze Zeit Sorgen gemacht, ja was läuft da in Italien, bleib immer zu Hause und so. Man hat das schon gemerkt, dass die sich wirklich mega Sorgen gemacht haben. Natürlich kann man das auch nachvollziehen, was man alles so in den Medien gehört hat, jetzt, dass vor allem ältere Personen, dass vor allem ältere Personen gefährdet sind und ja, das war schon, Subhanallah, heftig, das so mit anzusehen, wie auf einmal meine Großeltern mega Angst hatten und mich täglich wirklich anrufen und anruften und ja, Subhanallah, das habe ich eigentlich so mitbekommen, aber selber in Italien so, meine, meine, also wenn man jetzt von der Seite, also die Seite von meinem Vater, die Großeltern, die wohnen ja, also meine Großmutter ist leider schon verstorben eine Zeit lang und mein Großvater wohnt jetzt nur noch alleine in Maida, in Kalabrien und von ihm habe ich eigentlich nicht so viel gehört und allgemein von der Familie in Italien. Ich bin eher mehr in Kontakt mit der Familie hier in der Schweiz. Die näheren Verwandten sind natürlich da. Genau, die aber auch sehr viel in Bari sind, in Casa Massima. Die gehen sehr oft runter und machen da Urlaub, kommen wieder zurück in die Schweiz. Ich war auch selber schon mal da mit ihnen und Alhamdulillah, also Bari und Casa Massima auch ist wunderschön. Würde ich jedem empfehlen. Subhanallah, das ist eine sehr schöne Sache. Würdest du Urlaub in Italien machen, weil das ist natürlich jetzt so eine Sache, warum ich auf Urlaub komme, es ist jetzt Sommer und Italien ist ein schönes Land. Ich war schon selbst zweimal in Italien, einmal in Rom und dann, da hatten wir Sprachreise nach Rom und da bin ich dann direkt am Strand gefahren mit meinen Freunden, obwohl Rom ist ja nicht am Strand. Man muss mit dem Zug fahren, damit man raus darf. Genau. Das war auch der Grund, warum ich eine Eintragung bekommen habe, weil ich im Ausland in eine andere Stadt gefahren bin, ohne der Lehrerin was zu sagen. Ja, und das ist so weit, vielleicht weißt du das nicht, aber da fährt man eine Stunde oder so. Stell dir vor. Ja, das habe ich auch schon gehört. Du bist 16, du fliegst in ein Land, wo du die Sprache nicht kannst oder nicht gut, dann fährst du eine Stunde weg und die Lehrerin sagt so, wo wart ihr? Und ich so, wir waren am Strand, ah, okay, passt, das gibt eine Eintragung und dann hat es halt Probleme gegeben, aber acham du gleich, ich habe es überlebt. Italien Urlaub, Bruder. Ah ja, du, das zweite Mal, wo ich in Italien in Urlaub war, das war an der Grenze von der Schweiz. Das ist sehr in der Nähe von dir. Es gibt Bellinzona und dann gibt es zwischen Bellinzona, dieses Kanton, die Stadt, die ist ja ganz im Süden, Kanton Tessin. Dann gibt es ja, wo da, da gibt es einen sehr, sehr bekannten, einen sehr bekannten Staudamm. Dort in der Nähe war ich auf Urlaub. Das ist so, in James Bond hat man dort gefilmt, Golden Eye, wo er dann so runtergesprungen ist. Das ist ja auch in Italien. Aber okay, abgesehen von meinem Urlaub, wie war dein Urlaub oder würdest du Urlaub empfehlen in Italien? Wie war Italien? Heute geht es nur um Italien. Nein, nachher geht es noch ein bisschen um, ja, Trinität würde ich sagen. Na, aber jetzt Italien-Talk. Würdest du empfehlen Italien-Urlaub? Ja, Italien, im Moment würde ich vielleicht nicht gerade gehen, aber ich habe mich schon vorgenommen, wenn ich jetzt mal, ich bin gerade im Moment die Autoprüfung am Fertigmachen, inshallah. Und wenn ich die dann habe, dann will ich schon mal so ein bisschen eine Rundreise in Italien machen mit dem Auto und überall ein bisschen hinfahren, selber alles mal ein bisschen abchecken. Und ja, wie jetzt die Situation ist, man weiß ja nicht, man fährt nach Italien und auf einmal heißt es dann wieder, ja, Corona-Krise und dann sind auf einmal wieder alle eingesperrt. Subhanallah, das wäre schon nicht so gut. Ja, aber war das bei dir nicht auch so? War es nicht in der Schweiz auch so, dass man auch eingesperrt wurde, Quarantänemäßig? Ja, aber ich würde sagen, das war vielleicht nicht so krass jetzt wie in anderen Ländern, so wie ich es jetzt gesehen habe über die Medien und so. Die waren ja wirklich, die mussten ja wirklich zu Hause bleiben, voll isoliert. Und wie in der Schweiz, wir hatten ja hier die Freiheit, dass wir trotzdem rausgehen konnten, spazieren in die Wälder oder irgendwo hin eigentlich, wo man wollte. Und es ist viel lockerer hier gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Natürlich, es gibt, zwar hat es, ich glaube, die Schweiz hat es etwas härter erwischt als Österreich und Deutschland und Österreich hat es, um ehrlich zu sein, nicht so hart erwischt, was Tote und Verletzte oder Kranke angeht. Die Schweiz ein bisschen mehr pro Kopf, aber Italien war natürlich Epizentrum in Europa, obwohl das jetzt, glaube ich, sogar Großbritannien ist oder Großbritannien hat es jetzt auch extrem, extreme Situation dort. Ein weiteres Thema, was mich auch sehr interessiert in deiner Geschichte ist natürlich auch, das ist ein muslimischer Podcast, wir beide sind Muslime. Und es gibt eine Situation, was mich besonders bei deinen Videos interessiert hat, du machst ja YouTube, darauf werden wir auch noch eingehen, Muslim Jibril auf YouTube eingeben. Du hast einen Weg zum Islam gehabt, der mich besonders in der Quantität, die dieser Schritt ausgemacht hat, interessiert hat. Das heißt, soweit ich weiß, bist ja nicht nur du zum Islam konvertiert, sondern ein Großteil deiner Familie. Ich möchte mit dir ein bisschen jetzt intensiver über das Thema Scheherder beziehungsweise Weg zum Islam, beziehungsweise islamische Inhalte sprechen. Deswegen meine erste konkrete Frage an dich ist, wie bist du zum Islam gekommen, Bruder? Also, das hat eigentlich so angefangen, damals war ich ungefähr 18, 19 und ich wollte einfach so erfolgreich werden eigentlich im Leben. Ich habe mir damals so ein paar Ziele gesteckt. Davor hatte ich aber eine Zeit lang, wo ich mich einfach finden wollte und wo ich natürlich mich selbst finden wollte. Und es hat eigentlich damit angefangen, dass mein Bruder damals zum Islam konvertiert ist. Hamdolah. Hamdolah, ja. Und natürlich war die Familie direkt, alle waren voll geschockt und alles. Und mein Vater hat gesagt, nein, das sind alles Terroristen und dies und das. Nein, 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 mach das nicht und alles. Und meine Mutter auch, hat sich mega Sorgen gemacht und da hat es voll den Streit zuerst gegeben und alles. Und ich habe dann auch gedacht, so in dem Moment, hä, wieso konvertierst du zum Islam und alles? Und ja, und mein Bruder hat dann halt erklärt, ja, er hat das für sich gemacht und nur für Gott. Und dass das eine Sache zwischen ihm und Gott wäre und dass niemand anderen was angeht. Und er hat dann natürlich ein bisschen erklärt, so ja, man glaubt an einen Gott und an alle Propheten so, also, so halt the basic, oder? Und da habe ich mir, und als ich diese Sachen gehört habe, natürlich war ich damals auch zuerst so ein bisschen geschockt und habe gedacht, okay, ja, wieso macht er das jetzt? Ich habe natürlich parallel dazu immer in den Medien gesehen, was die alles so erzählen über den Islam. Ja, Terrorismus, dies, das, Salafisten, etc. Und das gibt natürlich schon so ein bisschen ein Bild ab, wo du, wo du, wenn du einen Muslim siehst, denkst du direkt, okay, der hat einen langen Bart, der hat so eine Mütze auf, okay, der ist sehr wahrscheinlich ein Terrorist, so. Aber ich bin nie, also wirklich extrem in dem gewesen, so. Ich habe damals schon gewusst, okay, das, was die in den Medien sagen, das meiste davon stimmt nicht. Und ich habe mir dann auch nie zu viele Gedanken darüber gemacht oder jetzt auch Gedanken darüber gemacht, dass mein Bruder irgendwo hingehen könnte oder jetzt irgendein Terrorist wird. Und ja, er hat trotzdem immer so voll, wie soll ich sagen, eine sehr angenehme Art gehabt. Und mein Bruder ist sehr, sehr emotional und auch temperamentvoll. Und mein Bruder hat nie wirklich mit viel Wissen gesprochen oder Beweise, aber seine Art, wie er den Islam rübergebracht hat. Also wir saßen zum Beispiel einfach mal in der Stube und dann sagt er einfach, ja, ich muss jetzt das Gebet machen gehen. Und ich so, ah, dachte ich mir so, okay, wieso geht er jetzt ein Gebet machen? Und das hat eigentlich so angefangen, dass ich immer wie aufmerksamer geworden bin und dann viele Dinge angefangen habe zu hinterfragen, aber das so ein bisschen schleifen lassen habe. Das Ding ist, ja, mich hat schon immer interessiert, erfolgreich zu sein, einfach was zu erreichen in diesem Leben. Und ich habe natürlich dann nach Lösungen gesucht und wie man so schön sagt, wer sucht, der findet, ja, bin ich dann irgendwann mal auf ein Buch gekommen, welches The Secret heißt. Und in diesem Buch geht es darum, dass du gewisse Dinge in dein Leben ziehst. Also es geht eigentlich um das Gesetz der Anziehung. Das heißt, du kannst dir das so vorstellen, wenn du ein Magnet bist, all das, was du denkst, ziehst du in dein Leben. Also es hat positive und negative Gedanken. Und sagen jetzt zum Beispiel, du stellst dir vor, dass du irgendwann mal einen Mercedes haben willst und es macht dich glücklich, dann wirst du das in dein Leben ziehen. Also anziehen, automatisch. Und genauso wie mit den negativen Dingen, sagen wir, du denkst, es passiert dir was Schlechtes, dann wird dir auch was Schlechtes passieren. So in diesem Sinne. Und ich habe mich dann immer wie mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt, habe dann dieses Buch auch durchgelesen, mir den Film angeguckt und habe das mal selber ausprobiert und habe gesehen, dass es funktioniert. Und ich habe dann gestartet damit, mir Gesundheit aufzuschreiben. Und das war mir mal das Wichtigste. Dann habe ich noch Millionär ausgewählt. Erstmal diese zwei Dinge. Und ich habe es mir auf so einen Brief, wie soll ich sagen, auf so einen Kuvert habe ich mir das aufgeschrieben. Das waren so meine ersten zwei Ziele. Also gesund zu sein. Und das war ich eigentlich schon gesund. Aber ich habe es mir trotzdem mal aufgeschrieben, weil mir das wichtig war. Und Millionär zu werden, ja. Und ich habe das dann so eine Weile gemacht. Und ich habe gemerkt, es hat sich langsam alles so ergeben. Ich habe ungefähr so, am Morgen habe ich ein paar Mal gebetet und auch am Abend. Und das hat mir immer sehr gut getan. Also es hat mir wirklich auch Spaß gemacht dann mit der Zeit. Und ich habe gemerkt, dass es eine Verbindung gibt zu einem höheren Wesen. Und dass das nicht einfach so alles von alleine kommt, ja. Und eben, wie gesagt, hieß es dann da das Gesetz der Anziehung. Aber für mich war das eher Gott, der mir all diese Sachen beschert hatte. Aber auf jeden Fall eben habe ich dann immer so weitergemacht. Und ich habe dann immer, ich habe nicht einfach gesagt, ich bin so froh und dankbar, dass ich das und das habe. Sondern ich habe dann immer angefangen mit, lieber Gott, ich bin so froh und dankbar, dass ich gesund bin. Ich bin so froh und dankbar, dass ich das und das habe. Also immer mit Gott habe ich angefangen. Und wie gesagt, ich habe dann, ich habe früher auch immer schon an Gott geglaubt. Aber mir war nicht wirklich bewusst, was nach dem Tod passiert. Und die Definition von Religion war mir auch nicht klar. Und habe mich dann immer mehr mit dem auseinandergesetzt. Und Alhamdulillah, mir ging es dann sehr gut in dieser Zeit. Und ich habe mich dann darauf spezialisiert, wie gesagt, Millionär zu werden. Und wenn du Millionär werden willst, dann musst du Millionen Menschen erreichen. Und das habe ich dann weiter so verfolgt. Und irgendwann bin ich zu der Musik gekommen und habe angefangen, Musik zu machen, Texte zu schreiben, auch selber Musik zu produzieren. Und es lief sehr gut. Ich hatte meine ersten Konzerte und alles drum und dran. Ich hatte eigentlich alles, was ich wollte. Aber ich war einfach immer noch nicht zufrieden. Und ich habe immer in die Zukunft gedacht. Also ich habe immer voraus in die Zukunft gedacht. Und das Ding war, ich wusste genau, egal was ich bekomme, auch wenn ich diese Million habe, ich denke immer, was kommt danach? Es kommt einfach immer ein nächstes Ziel. Aber ich meine, man stirbt irgendwann. Und dann ist es einfach vorbei. Und dann, was hast du von diesen Zielen? Weißt du, wie ich meine? Ich verstehe das vollkommen. Du hast also über das Achira-Konzept reflektiert. Genau. Genau, absolut. Ich habe dann reflektiert, so, ja, wie gesagt, habe ich immer an einen Gott geglaubt. Aber ich hatte eher so das atheistische Denken, dass nach dem Tode einfach nichts ist, so. Und das hat mich immer ein bisschen bedrückt, weil ich hatte nicht wirklich Angst vorm Sterben. Aber es ging mir immer so diese Frage nach dem Kopf. Es ging mir immer so diese Frage, es ging mir immer diese Frage durch den Kopf, so, was passiert nach dem Tod? Und gibt es überhaupt noch ein Leben nach dem Tod? Und irgendwie habe ich mir das immer so vorgestellt, wie dass man in so einer, weiß ich nicht was, dass man wie so Frequenzen irgendwie dann weiterlebt, irgendwie einfach so die Seelen oder irgend so was. Aber ja, ich habe dann immer danach gesucht und mein Bruder hat mir parallel dazu gesagt, ja, ich gebe dir einen Tipp, bitte einfach für die Wahrheit und so. Und ich war eigentlich die ganze Zeit auf der Suche nach der Wahrheit. Ich habe meine Ziele verfolgt und gleichzeitig wollte ich wissen, was ist die Wahrheit. Und dein Bruder, der dir diesen Tipp gegeben hat mit dem, nach der Wahrheit suchen, war er da schon Muslim? Genau, er war da schon Muslim. Und er hat dir noch nicht vom Konzept der Achira erklärt, also was aus der islamischen Perspektive dabei ist. Ja, er hat mir schon gesagt, ja eben, das Jenseits, das existiert wirklich. Und ja, Allah ist, wie gesagt, ja, Allah, es gibt nur einen Gott und das ist Allah und solche Sachen halt. Aber nicht so wirklich detailliert so beschrieben, weil ich habe mich dann meistens auch immer, ich habe ihm dann immer gesagt so, guck mal Bruder, ich finde das schön, dein Glaube, dass du dein Glauben gefunden hast. Wenn ich mich aber selber dafür informieren will, dann mache ich es selber in dem Sinn. Und ich war immer ein Mensch, ich musste mich immer selber überzeugen von den Dingen und ich habe nie wirklich was geglaubt. Ich habe nie etwas geglaubt, bevor ich keinen Beweis dafür hatte. Und ja, die Zeit verging und ich war eher mehr darauf fokussiert, meine Ziele zu erreichen, anstatt irgendwas anderes zu tun. Und habe dann Tag und Nacht wirklich daran gearbeitet und gemacht und weiter sozusagen, also man meditiert ja eigentlich, wenn du das machst, dieses Visualisieren. Du meditierst ja eigentlich für deine Ziele. Und das hat mir, wie gesagt, sehr viel Gesundheit gebracht. Und parallel dazu habe ich immer meinen Bruder gesehen, der fünfmal am Tag betete. Und hab dir, weißt du, er hatte immer ein Lachen auf und so. Und das hat mir schon, das war schon sehr eindrücklich. Und er war immer eigentlich sehr ruhig. Okay, ab und zu mal auch, wie es so in einer italienischen Familie ist, da gibt es auch ein paar Streitereien. Wir haben uns eigentlich sehr oft auch gestritten. Was hast du gefühlt, beziehungsweise was hast du gedacht, als du ihn beten gesehen hast als Nicht-Muslim? Ja, das war, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das Gebet zu verrichten, da habe ich ihm einfach ganz leise zugeguckt. Und ab und zu, ab und zu, musste ich auch lachen, weil ich das so zuvor noch nie gesehen habe und es mein Bruder war. Und es war ein bisschen komisch, weil ich ihn gesehen habe, runter und hoch zu gehen, so auf die Knie und mit dem Kopf auf den Boden. Aber das, was er da ausgesprochen hat, also die El Fatiha, das Gebet, wo ich das gehört habe, das hat mich so fasziniert. Und ich habe mir gedacht, ey, der kann das mega gut, so auf Arabisch, einfach so komplett. Und ja, Bruder, das hat mich sehr, sehr fasziniert. Das heißt, du hast immer wieder deinen Bruder gesehen, dass der, wie hat er zum Islam gefunden? Wie ist das bei ihm passiert? Weil er war der erste Muslim in deiner Familie, oder? Ja, ja. Okay, und dann, wie hat er davon erzählt? Der ist ja nicht von heute auf morgen Muslim geworden, da ist ja auch ein Prozess gewesen. Ja, also, es gibt natürlich die Dauer, man ruft zum Islam auf. Und er hat mir erzählt, er war da in der Gewerbeschule und er hat da den Detailhandel, glaube ich, oder nein, Schneider hat er gelehrt. Und er hatte da einen Freund gehabt, sozusagen, also einen Kollegen, der immer wieder Dauer mit ihm gemacht hat. Also er hat immer wieder ihm erzählt über den Islam und ja, eben von der Hölle, vom Paradies. Also jemand hat mit deinem Bruder Dauer gemacht und daraufhin ist das islamische Narrativ ihm entgegengekommen, sozusagen. Genau, genau. Mein Bruder hat dann immer voll direkt, also diese Sachen, die er gehört hat, die waren immer voll logisch für ihn. Zum Beispiel eben, es gibt einen Gott, wir glauben an alle Propheten und Jesus ist, Jesus war nur ein Mensch und ein Prophet und nicht selber Gottes Sohn oder Gott. Wie war Jesus für dich, also wenn ich dich unterbrechen darf, Entschuldigung, aber wie hast du Jesus als Christ wahrgenommen? War für dich Jesus Gott, Sohn Gottes oder ein Gesandter? Also wie gesagt, ich wurde ja katholisch getauft, sozusagen und bei uns in der Familie, wir hatten halt immer diese Jesus-Statoren bei uns ausgestellt im Wohnzimmer oder zum Beispiel so kleine quasi Engel, ja. So und ich konnte mir das nie wirklich, das ging einfach nie in meinen Kopf rein. So, ich habe Jesus gesehen und dann haben die gesagt, ja, er wäre Gottes Sohn oder auch gleichzeitig Gott so und das hat nie wirklich in meinen Kopf gepasst. Ich habe nie, wenn ich gebetet habe zu Gott, ich habe zum Beispiel nie zu Jesus gebetet, weil das hat für mich von Anfang an irgendwie keinen Sinn ergeben. Und deswegen habe ich mich auch recht schnell, ich meine, ich hatte damals in der Primarschule, da haben sie mich angemeldet für den katholischen Unterricht, sozusagen Religionsunterricht und damals war es schon voll langweilig für mich so und das hat mich nie wirklich so angezogen, ja. Aber wo ich dann diese Sachen gehört habe, zum Beispiel im Koran, dass da steht, dass er der Sohn Marias ist und nicht Sohn Gottes, so das hat für mich, weil er ist ja aus der Maria rausgekommen, ja. Und das hat für mich einfach alles mehr Sinn gegeben. Das war auch logisch für mich, ja. Also Sohn der Maria war für dich vernünftig? Genau, das war für mich vernünftig, weil so Sohn Gottes, ich habe mir nie vorstellen können, wie jemand Sohn Gottes sein kann, so voll in echt halt. Und ich habe aber trotzdem an Gott glaubt und dass es Wunder gibt und so, aber das ist für mich einfach nie aufgegangen. Und wo ich in der Kirche war, ich weiß auch nicht, es war immer so, mir hat die Stimmung einfach nie wirklich gefallen, so in der Kirche. Und wo ich dann das erste Mal mit meinem Bruder zum Beispiel, hat mir dann mal gesagt, ja, kommt doch mal mit, lass dich selber überzeugen und so, guckt euch mal selber für dich, macht ihr ein eigenes Bild. Und so war ich immer schon. Ich habe mir immer von allem ein eigenes Bild gemacht und wollte immer in alles selber reingucken. Und ja, habe das dann auch gemacht, bin dann mal mit ihm in der Moschee mitgegangen und habe dann geguckt, wie es für mich selber darin ist, wie ich mich fühle. Und Alhamdulillah, am Anfang war es ein bisschen natürlich, man muss sich irgendwie noch, man muss sich einfach daran gewöhnen, ja. Aber ich habe mich, was heißt man muss sich daran gewöhnen? Ich bin da hingegangen und die Atmosphäre war einfach wunderschön für mich. Ja, es hat zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal kurz vergleiche, so mit einer Kirche, ich meine, du hast in der Kirche einen Mann da, einen gekreuzten Mann da hängen, der irgendwie blutet und ja, es ist alles so ein bisschen, es war eher alles so ein bisschen, ich habe mich eher unwohl gefühlt in der Kirche und dann kommst du in diese Moschee rein und du siehst diesen Teppich und die sitzen da alle auf dem Boden und sind so voll brüderlich zueinander und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, wie die alle miteinander umgegangen sind, so, wie soll ich sagen, so voll mit Herz und diese Brüderlichkeit, das war so einzigartig, das habe ich noch nie irgendwo anders gesehen.